Aloha, Fellows, und willkommen zurück zu Let's Play Oracle of Ages. Ähm, wir sind ja irgendwo hier in dem Dungeon stehen geblieben. Da kunden den einfach mal weiter. Wir kamen aus der Treppe, es ist aber die... Oh mein Gott, ich hasse diese Räder. So. Ja, hallo. Geh weg. Äh, geh weg. Gib mir das. Hu, har. Eat my mighty laser. Ähm. Das, I... LOL. LOL. Okay. Hä? Moment. Bitte was? Okay. Ähm. Ja. Warte mal. Bitte, bitte. Okay. Ähm. Ich denke, ich werde erst mal das machen, was ich da gerade gefunden habe. Hallöchen. Die Karte. Danke. So. Und dann da lang. Weil da ging's ja irgendwie so... Oh. Hallo. Ein Schlüssel. Okay. Wenn ihr mein Schlüssel verschlüsselt... Bla 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 bla. Hm. 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 Ja. Wenn ich mich des Öfteren räuspern sollte, tut es mir wahnsinnig leid, aber mein Zeitplan lässt sich anders zu. Puh. Ergo, ich... Ja, was heißt, ich muss, aber ich möchte halt jetzt aufnehmen, aber ich hab gerade gegessen. Und ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen bekannt ist, aber... Ähm. Nach dem Essen... Hat man ein Klo im Hals, genau. Ähm. Ja. Nach dem Essen hab ich generell echt so ein Klo im Hals. Geht weg. Kommt her. Also, geht weg. Kommt her und geht dann weg. So. Roms. 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 So. Gibt es sonst noch irgendwas? Wo ist meine Feder? Geh mir meine Feder. Dankeschön. Hüppah. Was bringt mir das? Das bringt mir gar nichts. Aber hier kann ich einen Schalter umlegen. Was ich irgendwie schon mal... ziemlich cool finde. Und was ich auch ergo hier anscheinend... definitiv gebraucht habe. Ich hab den Kompass. Dankeschön. Hüppah. Hüppah. Norm. Oh. Ich hätte schwören können, dass ich jetzt... den... das Herz wieder verliere, was ich gerade aufgesammelt habe. Aber nein. Das Glück ist mit mir. Das find ich schön. So. Zurück. Und da lang. Und dann wieder hoch. Weil dann kann ich ja jetzt da... dort längs... wo jetzt diese... Gedingsbumse da weg sind. Ja. Genau da. So. Ja. Super. Komme ich denn da... Wie komm ich denn jetzt da... Oh Gott. Ich hasse euch. Geh weg. Geh. Also... Du... hast den Schlüssel gehabt. Okay. Höpah. Höpah. Tappatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapapatap. So. Muchos gracias. Ähm... Ja? Ähm... Ja. Hä? Moment. Oh mein, ah, was passiert eigentlich, wenn ich da drauf drücke? Okay. Ah, jetzt komm ich so rum. Ich muss also nicht komplett im Kreis laufen, das find ich aber nett von dir, Spiel. Ach, kommt schon, wie viele gibt's denn von euch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht treffen lassen die, nein, nein, nein. Eintreffen lassen ist uncool. Okay, hier brauch ich einen Schlüssel. Hier geht's aber noch runter. Ah, da geht's noch da lang. Okay. Hallöchen. Kommt. Ja, ja. Warte, 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 warte. Komm her jetzt. Blödes Dreckswie. Hä? Kann man mit dir eigentlich irgendwas machen? Hallo? Anscheinend nicht. Aber es scheint soweit alles richtig zu sein, was ich hier tue. Geh weg. Ähm. Ja. Nein. Hä? Komm her. Danke. Hä? Was? Was zum? Moment. Moment. Da, 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 da. Huh. Huh. Hums. Komms. Da, 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 da. Okay. Äh. 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 Vorrat aufstocken. Äh. Scheint hab ich hiermit dann das Richtige getan. Kommt da aber nicht weiter. Und. Da auch nicht wirklich. Äh. Äh. Hm. Hm. Hier komm ich aber auch nirgendwo raus, ne? Nö. Warum sollte ich auch? Ich mein. Hey, Momentchen mal. Ich hab ne Idee. Komms. So. Das ist ja wahrscheinlich nicht umsonst so lustig aufgebaut. Ähm. Geh mir meine Feder. Danke. Tahaha. Haha. Look at me, bossing around. I mean, hey. Hey, komm. Wer hätte von mir erwartet, dass ich so schnell auf die Lösung komme? Ich bitte euch. So. Jetzt komm ich da weiter. Muchos gracias. Oh Gott, Mumien. Ah. Nein, 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 nein. Oh Gott. Josop. Josop. Komm her. Gott, das war voll daneben. Könntest du jetzt mal. Bitte. Werben gehen. Dankeschön. Ach Gottchen. Wo ist denn mein Boberang? Huar. Und. Ist denn die nächste? Hallo. Huar. So. Ist hier irgendwas drunter? Nein. Nein. Erkanung Kerne. Rubin. Rubin. Oh, komm her. Einfach so, weil ich's kann. Äh. Zwischenboss. Ach du Scheiße. Was möchte ich denn eigentlich behalten? Äh. Ah. Ah. Hallöchen. Oh Gott. Oh Gott. Autsch. Ah. Wie funktioniert denn du? Ah. So funktioniert's. Komm her. Komm. Er. Ach komm schon. Nein. Oh Gott. So. Rops. 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 Autsch. Warum? Äh. Au. Jip. Nein. Das will niemand. Und ich erst recht nicht. Na. Das war daneben. Komm schon. Nein. Warum? Warum hasst du mich so? Komm schon. So. Ha. 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 Fee. Fee. Danke. Sie hat mich nicht mal ganz geheilt? Willst du mich verarschen? Ach. Oh Gottchen. Ich hasse euch. Komm. Da rauf. Rops. Rops. Nur eins. Rops. 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 Atsch. Ähm. Rops. Wo bist du? Hallo. 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 Hallo na. Äh. Ich möchte meine Fehler wieder haben. Kann hier nichts machen. Komm da auch nicht hoch. Mit den Statuen kann ich hier echt nichts anstellen. Oh mein Gott. Noch mehr von euch. Witz. Ich will meinen Laser wieder. Bitte. Bitte. Komm schon. Bitte. Danke. Runter? Links? Ich weiß nicht. Ich gehe erst mal. Ach du Scheiße. Warum bin ich links gegangen? Warum? Nein. 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 Hallöchen. Bin mir nicht sicher, ob ich das... Huch. Bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt machen möchte, aber ich tue es einfach mal. Weil... Ah. Gott. Hä? Bin ich? Komm her. Wo zum Teufel bin ich? Irgendwo und nirgendwo. Und wieder zurück. Ich könnte da... Oh Gott. Nein. Ich will da noch nicht... Haha. Muss darunter. So. Da kam ich zum Frost. Ah. Da kann ich mir meine Pew Pew Power wiederholen. Komm her. Danke. Die... Niehihi. Roms. 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 Verdammt. So. Nom, 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 nom. Nam, nom. Nom, 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 nom. Da war der Endgegner. Äh, pss. Endgegner. Zwischengegner. Wo ist meine Feder schon wieder? Das ist nicht die Feder. Das ist meine Feder. Danke schön. Ich weiß nicht, man ist wahnsinnig gut drauf. Das ist... Oh mein Gott, was zum... Bitte was? Hä? Rums! Ich hab irgendwie das Gefühl, ich möchte erst die einsetzen, dann die, oder auch nicht. Hä? Okay, alles klar. Dann halt... Ach, kommt! Aua! Wie denn alle her? Fack! Danke! Wie glaub ich denn nicht mein Le... Oh Gott! Was zum Teufel ist das für ein Dungeon? Was so... Eine Lore! Hm! Die mir nichts bringt. Ich da noch nicht hin kann. Ach, du heilige Scheiße. Pff, ich geh erst mal ganz kurz den anderen Weg nochmal erkunden. Ich mein, habt ihr sie noch? Allo! Oh mein Gott! Ähm, da kam ich her. Okay, von da oben kam ich. Jetzt geh ich mal da lang. Oh Gott! Oh Gott! Hey! Ach, ihr lustige Viecher! So. Dafür brauch ich einen Schlüssel. Um das länger zu ziehen. Und den Schlüssel hab ich noch nicht. Also nochmal zurück. Ich mein, hey! Geh'n Ding! Geh'n Ding! Ich hab' ja sonst nichts zu tun, außer... permanent... im Kreis zu rennen oder so. Höpa! Und... Und... Ähm... Ich möchte mein... Ballastrohr. Danke. Oh Gott! Blink, be... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bumm! Ah! Bumm! Das ist mir egal! Ein echter Mann erträgt den Wert! Oh Gott! Bumm, bumm! Okay, Moment. Buh, buh, bumm! So. Komm runter. Dankeschön. Nein. Lass mich bitte in Ruhe. Du siehst mich gar nicht. Ich bin nicht hier. Okay. So. Höpa! Nein, 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 nein. Du siehst mich nicht. Ich bin hier raus. Mann. Oh, der Dungeon ist schrecklich. Komm her. Komm her. Komm zu mir. So. Irgendwelche Kerne. Komm mal her. Ich will dich... Autsch. Ich wollte dich doch nur töten. Bist du denn da schon dabei? Noch mehr Kerne. Du heilige Scheiße. Oh Gott. Lada. Lada. Oh Gott. Warum dann schon mal... Hallöchen. Kann ich unter Wasser überhaupt Kerne benutzen? Geht sowas? Nö. Natürlich nicht. Ach, links. Und. Oh. Und weiter. Ach du Scheiße. Na, willst du mich? Nein. Ach du heilige. Was ist das denn für eine Passage? Nein. Okay. Nochmal. Nein, 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 nein. Nochmal. Nein. Das ist doch ein Rotz.